Hi Leute, mein Name ist Frank und das ist die neue Siemens EQ9 und zwar in der Connect-Version. Sprich, on top zu all den Features der EQ9 kann man dieses Gerät auch noch mit dem heimischen WLAN verbinden und smart steuern. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns in den nächsten Wochen an. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie man die EQ9 überhaupt mit dem Internet verbindet. Wer beim letzten Mal zugeschaut hat, weiß sicherlich noch, dass hier ein WLAN-Symbol war. Das ist diesmal nicht da, ich habe die Maschine nämlich kurzerhand in den Werkszustand zurückversetzt, um euch zu zeigen, wie ihr das WLAN einrichtet. Dazu gehen wir hier in die Einstellung. Dann gibt es hier den Punkt Home Connect und ihr seht WLAN einschalten. Das machen wir jetzt. Jetzt erscheint hier ein Icon und zwar ist es noch durchgestrichen, denn das WLAN ist eingeschaltet, aber wir sind eben noch nicht mit dem heimischen WLAN verbunden. Jetzt werden wir mit dem Netzwerk eine Verbindung herstellen. Dazu klicken wir hier und sagen automatisch verbinden. Ihr seht hier WPS-Taste am Router drücken und dazu habt ihr jetzt genau eine Minute bzw. zwei Minuten insgesamt eben Zeit. Ich habe hier bei mir einen Airport Extreme von Apple stehen. Da gibt es keine WPS-Taste. Deshalb kann ich euch diese automatische, einfache Netzwerkverbindung hier leider nicht zeigen. Aber wie gesagt, hier müsst ihr einfach nur die WPS-Taste am Router drücken und ihr könnt euch dann mit der EQ9 Connect verbinden. Wenn es eben wie bei mir so ist, dass der Router die Funktion nicht unterstützt, dann kommt hier jetzt Netzwerkverbindung fehlgeschlagen und wir müssen eine manuelle Verbindung herstellen. In diesem Fall erzeugt die EQ9 Connect ein eigenes WLAN-Netzwerk, das sich Home Connect nennt und eben den Key Home Connect hat. Dieses Netzwerk sucht ihr jetzt mit eurem iPhone. Ihr seht hier, wird schon angezeigt, Home Connect. Wir geben das Passwort ein. Und jetzt ist euer iPhone eben mit der Kaffeemaschine direkt verbunden. Das nützt uns natürlich nichts, denn wir wollen ja nicht jedes Mal das WLAN der Kaffeemaschine nutzen, sondern wir wollen, dass die Kaffeemaschine mit unserem eigenen WLAN-Netzwerk verbunden wird. Dazu gehen wir jetzt in die Home Connect App. Und ihr seht hier, ihr könnt jetzt die Router-Daten eingeben. Hier ist schon richtig ausgewählt. Also hier seht ihr jetzt eben die verschiedenen Netzwerke. Ich weiß, beziehungsweise die App weiß schon, dass mein Netzwerk AirPod Extreme heißt. Da gebe ich jetzt das Passwort ein, was ich euch an der Stelle natürlich jetzt nicht zeigen kann. Das habe ich jetzt eingegeben. Fertig. An das Hausgerät übertragen. Sprich, jetzt übermittelt das iPhone bzw. das Smartphone an die Maschine. Das WLAN-Netzwerk. Und ihr seht hier, was jetzt abläuft. Hausgerät verbindet sich mit dem Heimnetzwerk. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erscheint das auf dem Display. Und das Mobilgerät muss man dann eben wieder mit seinem normalen WLAN-Netzwerk verbinden. Das ist schon passiert, denn die Maschine hat das WLAN bereits deaktiviert. Und wie ihr hier jetzt schön sehen könnt, ist das WLAN-Symbol jetzt nicht mehr durchgestrichen. Das heißt, die Maschine ist in eurem WLAN und ihr könnt per App darauf zugreifen. Dazu müsst ihr die Maschine aber auch noch hier mit der App verbinden. Das können wir hier machen. Eure App informiert euch dann darüber. Neues Hausgerät gefunden. Typ Kaffeevollautomat verbinden. Ja, natürlich. Es findet kurz eine Synchronisierung statt. Und danach könnt ihr direkt auf euren Kaffeevollautomaten zugreifen. Ihr seht jetzt hier ganz schön, dass von Haus aus zum Beispiel der Fernstand noch nicht erlaubt ist. Fernstand heißt, dass ich hier mit diesen Tasten, wenn ich noch im Bett liege, den Kaffeevollautomaten schon mal einschalten kann. Das kann man aber alles in den Einstellungen dann machen. Und wie genau das funktioniert und auch wie ihr dann hier verschiedene Kaffeespezialitäten zubereitet, was für Möglichkeiten ihr da habt, das zeige ich euch alles im nächsten Teil. Wenn ihr bis dahin noch Fragen habt, dann packt die einfach in die Kommentare. Und ich werde dann im nächsten Teil genauer darauf eingehen. Auch natürlich auf die Coffee World.